Hallöchen Freunde! Ich bin hier bei unserem Ferienhaus und wir feiern heute Silvester hier oben mit meiner schönen Kamerafrau, äh, Lichtbeleuchtungsfrau, der Mira. Und siehst du wahrscheinlich nicht? Hi! Und ja, wir feiern Silvester hier oben, habe ich das schon gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, wir haben schon etwas vorbereitet. Es ist auch schon dunkel. Man hört es vielleicht im Hintergrund etwas knallen. Dieses Haus steht nämlich hier auf einem Berg hier oben oder einem etwas höher gelegenen Hügel. Ah, da kam ein Wassertropfen von oben. Ja, es regnet etwas oder es nieselt, wenn man das so sagen kann. Ja, die Kamera wird ganz nass. Das ist nicht so toll. Ja, das war's. Tschüss! Viel Spaß mit dem ganzen Video! Oh! Mach mal zu, ne? Mhm. Dann zeig mal, gell. Röten an den Holz, gell? Danke da. Oh! Zum Nogeln da, ne? Da? Röten, ja, ok. Alles raus. Ja, ich bin, ähm, die Feuerbändigerin, die... Oh, Gott. Ah, fuck. Ach, tschuldigung. Ich hab nicht ein braves Feuer. Sternspitzer. Ja, doch. Ja, doch. Ja. Wer will? Möchtest du? Mach, komm, Stücke. Okay. Okay. It's amazing. Es macht, äh, Licht mal aus. Oh, okay. Okay, äh, der Stockbrot, der Stockbrot-Teig ist... Oh Gott, der ist auch... Der ist auch... Der ist auch... Oh. Okay, aber... So. Ich mach... Ich fang hier mal so an. Wir sind gar nichts. Es ist egal. Ich muss nur rundherum was singen. 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5. Oh, Gott, der ist geil. Oh, Gott. Das ist wirklich ein Weg, ey. Ich könnte von jetzt alles, alles gut übers Neue. So, wer will Wotter tanzen? Ich! Jetzt können wir Wotter tanzen. So, warte, entlässt du dich gleich an. Füppst du? Ja, wenn es kalt. Wotter, links. Und entlässt du? Ja, auf der Lange hat er wieder zu. Ist schon cool. Wotter, hier noch ein Sechst. Schau, ist das ein bisschen cute? Oh, das ist eine kleine Stange, die wir passen, die wir passen, die wir passen, die wir passen, die wir passen. Unsere Gläser, komm. Schön vorbereitet. Ich finde das Glas nicht. Ein frohes Jahr. Oh nein, jetzt habe ich sie hingesellt. Pass auf, hier rutscht es. Paracour. Oh, ich wollte hier raus sein. Ich muss mal trinken. Großes Jahr, Leute. Meine Finger sind klein. Das ist 2016. Ja. Jetzt wird ein Volk. Okay, jetzt zünden wir noch ein Volk. Keine Ahnung, kommt mal mit. Oh shit. Das war so, jawohl, fehlendes Jahr. Du fängst aber früh an. Das Jahr geht es ein paar Minuten, du stolz warst das erste Mal. Okay, ich hätte sie denken können. Warte, wir gehen das jetzt auf. Okay, wir zünden jetzt hier einen Vulkan an, einen kleinen Mini-Vulkan. Komm mal mit. Nicht nochmal ausrutschen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Man sieht fast nichts. Aber es rutscht. Ist der laut? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das war so. Ja, nicht. Ich glatte es auch noch. Das ist dann so ruhig an mir. Huy hui 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 hui. FaaNn! PAKS! So. Wir verpassen keine Sekunde, der Bestes in Westerfahrt in der Stadt, das ist der Musikmarkt, auf Krone Hips. Das ist laut, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist ein bisschen wie... Ne, ne, das ist ja... Komm mal nach oben, nach oben, nach oben! Oh, Alter! Du heiliger! Oh Gott! Okay, das war nice! Ich mache Feuer! 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 Oh Gott! 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 Okay, lass los gehen! Okay, okay... Ich wünsche Euch noch ein frohes Neues Jahr... ein gutes Neues Jahr! Ich hoffe, eure Witcher geht in Erfüllung... und ja, das war es sogar schon mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung werden. Mira lacht im Hintergrund. Kommentiert fleißig oder was ihr noch so sehen wollt. Ja, wenn ihr noch mehr von solchen dummen Aktionen sehen wollt und einen schönen Sternspritzer, dann könnt ihr mich doch gerne abonnieren. Die ganzen Social Media Links stehen unten in der Videobeschreibung und ja, Mira probiert immer noch ihr Stellspritzer anzusetzen. Ich kann den Rauchspritzer, okay? Okay, warte. Meiner ist bald aus. Ja, warte, es frennt. Run, Baby! Oh Gott! Okay, ja. Alfrost, du waffst euch zusammen! Ja, es war eigentlich ganz lustig. Dankeschön, dass ihr das schöne und extrem verplante Video angesehen habt. Ja, meinst du es jetzt aus und ich sehe nichts mehr oder man sieht mich nicht mehr? Es, 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 äh, Schnee regnet gerade. Also, etwas Schnee liegt hier noch. Wie man hier eben so gesehen... Oh, schau! Ist das nicht süß? Ja, okay. Danke fürs Zusehen und... Ciao! Outro Bis zum nächsten Mal.